Here we go, here we go, here we go again, yeah boys Lelelele, let's go, Junge Also, ihr wundert euch bestimmt heute, was das hier für ein Video ist Naja, eigentlich hat man schon einen Titel gelesen Face Reveal, heute Ich bin beim Arma Lost Legends Cup dabei, wo auch immer so Edie Geller dabei sind, Tryman dabei ist Und ihr wisst schon, welche Leute Diese ganzen berühmten Junge Ich bin auch dabei, ich bin zwar nicht berühmt, aber ich bin auch dabei Ich spiele zusammen mit der JJ Da auf jeden Fall nochmal ein Dank an sie, dass sie mich da überhaupt mitgenommen hat Link zu ihrem Twitch ist auch in der Videobeschreibung Aber noch viel wichtiger, mein Twitch, Link ist in der Videobeschreibung Und da werde ich heute mein Face Reveal machen Also kommt er auf jeden Fall vorbei, wer es nicht macht, ist ehrenlos Ah Ja doch, ihr seht, ich habe schon trainiert Junge, ich nehme das ernst Geht um 20.000 Euro heute da, Digga, ich brauche Geld Also heute ist auf jeden Fall gar kein Spaß Ich rasehe hier alles weg Ich mache jetzt auch mit Ansage einen epischen Sieg, passt auf Der Stream startet dann heute so gegen 17 Uhr Und der Amar Lost Legends Cup geht so um 18 Uhr los Aber so gegen 17 Uhr startet der Stream mit Facecam Und sobald ich, sobald ich 150 Zuschauer habe, mache ich Facecam an Vorher mache ich nicht Also kommt lieber rein, Junge, sonst seid ihr selber Schuld Scharf, scharf, mittelscharf, ja, aha Oh, Gegner, Alter Ah, guck mal, er rentt weg, er rentt weg, aber er ist komplett One-Shot, er hat keine Chance, er hat keine Chance, er hat keine Chance, Digga Hat jetzt gerade wirklich mein komischer Typ den da gefinisht, Digga Ich glaube, das alles nicht, ne Okay, da oben wird mies gefaltet Oh! Wo denn? Was ist denn los mit dir, Digga? Ah, Digga, du Opfer, Junge Wie schlecht Ich hole jetzt einen epischen Sieg für euch heute Ah, wo ist der? Der gerade geschossen hat, ha? Wo bist du, Junge? Digga, ihr seht schon, ich bin am Lasern wie ein Laserpointer Deswegen, Junge, wer heute beim Amar Cup mitmacht, der tut mir jetzt schon leid, Digga Der weiß gar nicht, worauf er sich da einlässt, wenn ich am Start bin, Digga Guckt mich an, ich bin Fishy, Junge, es geht los Die kleinen Aprikosenhelme, Junge, ich rasier den so die Glatze da heute Oh, da oben ist der Fishy Oh, oh, der hat auch Aim, der hat auch Aim Aber nicht so ein gutes Aim wie ich Ja, Mann, Junge Was los, wo sind die Gegner, Digga? Wo sind die überhaupt? 40 Gegner, wo sind die, Junge? Hä? Dieses ganze Turnier von Amar ist übrigens im Nicht-Bauen-Modus Deswegen spiele ich auch Nicht-Bauen Für einen Noobs wie mich also perfekt Wo bist du? Da hinten ist er Jetzt haut der ab, oder was? Der will, der will sich High-Ground holen Aber er weiß, dass ich so ein Ding dabei habe, ey Ich, ich werde, ich werde ihn so Ah, okay, ist gar kein Problem, ey Was los, hä? Hast du nicht mit gerechnet, ne? Das war ein Hacker, das war ein Hacker Ich würde sagen, ihr lasst das ganze Video einfach so stehen Haut rein, ich hoffe, ich sehe euch alle nachher um 17 Uhr Ihr könnt immer in die Kommentare reinschreiben, wer am Start ist und wer nicht, Junge Wer nicht am Start ist ehrenlos, vergiss das nicht Erste Link an der Überschreibung geht es zu meinem Twitch-Kanal Haut rein, Junge Eis, Fuzzi Kallermus 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 Kallermus